Aber wir sind gleich oben, keine Angst. Könnten wir nicht auch theoretisch über die rollten Balken zu dem Haus rüberlaufen? Rein theoretisch? W-was willst du denn sonst machen? Keine Ahnung, Kransche. Willst du oben auf dem Kran, oder wie? Okay. Wie viele Fallschirme hat man? Wie schnell öffnet der? Komm ich damit auf das Haus? Welches? Na egal, wir chillen hier einfach auf dem Kran. Ficken aber alles weg. Alter. Ja, ich komm mit leicht, chill mal. Hobbylos, ey. Vor allem ist mein Internet gleich aus und die letzte Zeit verbring ich einfach damit in so welchen Ursen. Oh, 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 oh. Willst du grad klettern? Oh, Digga, was machst du da? Ich will langlaufen. Ist vielleicht ein bisschen risky. Ey, die Lidanen beballern sich gerade mit dem Orangenen. Ja und Pech gehabt. Pech gehabt. Pech gehabt. Also ich hab 200 Schuss ins gesand. Geil, wenn du da ist und fährst. Ups. Hat er da? Ja. Mir fällt das, triffst du ihn. Digga, wenn du jetzt von da oben die triffst, ne? Das wär so lächerlich. Hast du? Der Raketenwerfer geht nicht weit genug. Ach so. Was ist das für ein Scheiß? Ich bin mal gespannt, ob unser Plan aufgeht. Also Zone wird auf jeden Fall schon kleiner. Aber das Problem ist halt, dass die rumfahren. Und dadurch wird unsere Dings nicht so ganz aufgehen. Merkst du das selber, ne? Also... Oh ja, passt schon. Egal. Hey Silver, man kann noch höher, ne? Ja? Ja, hier ist noch ne Leiter. Oh Gott. Minimal höher. Uuhuhu, shieeeex! Ich warte, unsere Mates sind tot. Warte. Ich trau mich gar nicht hier runter zu gehen. Achtung. Weg. Ich bin hier. Geh! Kurz runter. Geh. Metal-Loader. Wo sind die Killer? Guck mal, pass auf, die... Ich hoffe, die steigen aus und laufen hier jetzt noch rein. Fuck, die Zone wird schon kleiner, oder? Ähm, ich gehe mal wieder... Oh Gott. Komm, bitte steigt aus und kommt hier her. Bitte, bitte, bitte lauft die Leiter. Bitte, das wäre so ein easy win, ne? Nein, nicht die Leiter. Fuck, die Zone wird kleiner, Silbern. Ja. Ähm, ja. Ja, wir müssen jetzt abspringen. Ich sage, wenn du so eine Kuppel bist. Gehen wir hier auch so raus, doch? Geht das? Ja, ja, ja. Aber wir haben keinen... Ja, woll! Ah, easy! Nein. Nein! Nein, ich bin auch gleich selbst mit Silbern. Ich bin gerade so noch reingekommen. Oh mein Gott, eine Sekunde hatte ich. Eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, landen. Ich habe ihn gleich. Easy. Oh, Silbern. Hab ihn. Ach, easy. Siehst du, Silbern, unser Plan ist sowas von aufgegangen. Das war halt so easy. Eeeeh. Und jetzt. Das war halt so. Oh Gott. Ich bin. Und jetzt. Vielen Dank.